Hallo und herzlich willkommen auf Ausfahrt TV News. Peugeot erweitert sein Elektrofahrzeugportfolio mit dem neuen E408, einer vollelektrischen Version des 408 Fastback. Der neue Peugeot E408 kombiniert die Eleganz einer Fastback-Silhouette mit der Effizienz eines Elektromotors, der 157 Kilowatt, also 210 PS, leistet und eine Reichweite von bis zu 453 Kilometern nach WLTP bieten soll. Der neue Peugeot E408 soll mit einem geringen Energieverbrauch von nur 15,1 bis 15,3 Kilowattstunden pro 100 Kilometer überzeugen. Angetrieben wird er von einem Synchron-Elektromotor, der sofortiges Drehmoment und kraftvolle Leistung bietet. Die 58,2 Kilowattstunden fassende NMC-Batterie, eingebettet in den Unterboten des Fahrzeugs, ermöglicht nicht nur eine höhere Reichweite, sondern senkt auch den Schwerpunkt, was ein dynamisches Fahrverhalten garantiert soll. Mit einer Länge von 4,69 Meter und einer Breite von 1,85 Meter ohne Außenspiegel bringt der Peugeot E408 ein elegantes aerodynamisches Profil auf die Straße. Seine markante Heckgestaltung mit den charakteristischen Katzenohren und der 19-Zoll-Räder sorgen für einen sportlichen Look, der durch die schmalen LED-Scheinwerfer und die drei Krallenrückleuchten unterstrichen wird. Das Design des E408 schafft den Spagat zwischen sportlicher Dynamik und komfortablem Innenraum. Der lange Radstand von 2,79 Meter soll für ein großzügiges Platzangebot im Innenraum sorgen, das sowohl den Passagieren vorne als auch im Fond viel Beinfreiheit bieten soll. Trotz der kompakten Bauweise bleibt der Kofferraum mit einem Volumen von 471 Liter sehr geräumig und lässt sich durch das Umklappen der Rücksitze auf bis zu 1545 Liter erweitern, wodurch der E408 auch für längere Reisen und größere Einkäufe bestens gerüstet ist. Der Innenraum des Peugeot E408 ist auf hohem Komfort und moderne Technologie ausgelegt. Das Peugeot i-Cockpit mit einem zentralen 10-Zoll-Touchscreen bietet intuitive Bedienbarkeit und ist mit zahlreichen vernetzten Diensten wie der TomTom Echtzeitnavigation ausgestattet. Über die MyPeugeot-App lassen sich Funktionen wie die Vorkonditionierung des Fahrzeugs und die Ladeplanung bequem steuern. Für zusätzlichen Komfort sorgen die AGR-zertifizierten Vordersitze, die sich elektrisch verstellen lassen und in der GT-Version sogar über eine Massagefunktion verfügen. Der Peugeot E408 verfügt über eine leistungsstarke 58,2 Kilowattstunden verfassende Hochvoltbatterie, die dank der NMC 811-Technologie, die besteht also aus 80% Nickel, 10% Mangan und 10% Kobalt, eine hohe Energiedichte erreicht. Mit dieser Batterie schafft der E408 eine kombinierte Reichweite, ich sagte es bereits, von 453 Kilometern nach WLTP. Was ideal sei für die meisten C-Segment-Fahrer, deren tägliche Fahrstrecken typischerweise unter 45 Kilometer liegen sollen. Ein sanftes Fahrerlebnis wird durch das regenerative Bremssystem unterstützt, dass über Schaltwippen am Lenkrad in drei Stufen regulierbar sei. Die linke Wippe erhöht die Rekuperation, während die rechte sie reduziert. Je nach Bedarf stehen die Modi niedrig, moderat und erhöht zur Verfügung, wobei bei den letzten beiden Stufen die Bremslichter automatisch aufleuchten. Zusätzlich kann der Fahrer zwischen drei Fahrmodi wählen. Der Normalmodus liefert eine ausgewogene Leistung von 140 Kilowatt, sprich 190 PS und 300 Newtonmeter Drehmoment, während der Sportmodus mit 157 Kilowatt, 210 PS und 345 Newtonmeter für maximale Performance sorgt, die sich bei Kickdowns automatisch aktiviert. Der Eco-Modus hingegen unterstützt eine maximale Reichweite bei gleichbleibendem Fahrspaß mit 125 Kilowatt, also 170 PS und 270 Newtonmeter. Das ist ja wirklich das Tolle an der Elektromobilität. Man kann die Leistung ganz, ganz einfach regulieren. Der E408 ist serienmäßig mit einer Wärmepumpe sowie Lenkrad und Sitzheizung ausgestattet, um den Komfort der Insassen zu optimieren und die Batterie effizient zu steigern. Für ein schnelles Aufladen sorgt ein 11-KW-Onboard-Charger, während die Gleichstrom-Schnellladefunktion bis zu 120 Kilowatt Leistung unterstützt. Damit lässt sich die Batterie nur 30 Minuten von 20 auf 80 Prozent State of Charge aufladen und innerhalb von etwa 10 Minuten stehen weitere 100 Kilometer Reichweite zur Verfügung. Die Ladegrenzen können über das zentrale Display individuell zwischen 20 und 80 Prozent eingestellt werden, um den Ladevorgang zu optimieren. Der neue Peugeot E408 ist ab sofort bestellbar. Die Basisversion Allure startet ab 46.600 Euro, da natürlich Liste UVP. Kunden profitieren außerdem vom Peugeot Allure Care Programm, das eine Garantie von bis zu acht Jahren oder 160.000 Kilometern umfasst, je nachdem, was zuerst eintritt. Ihr kennt das, ne? Eure Meinung bitte unten in die Kommentare. Ich lese alle Kommentare von euch, hundertprozentig versprochen, und manchmal reagiere ich auch da drauf. Und dementsprechend gerne liken, abonnieren, kommentieren und beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt Ausfahrt TV News. Vielen Dank.